Hallo und herzlich willkommen zu einem Freitagsvideo hier mitten aus dem Wald. Ja, und ich bin wieder mitten im Wald, das ist wirklich Wald, wenn man hinter mir sieht, nur Bäume. Ich bin ja auf einen, ich werde voll schwarz sagen, Sonntagsspaziergang, aber nein, es ist Montag, es ist Ostermontag. Und ich spaziere durch den Wald und habe mir gedacht, die Vögel switchern, hier ist ein idealer Platz. Kein Wind, die Sonne scheint, wie ihr seht, da hinten seid ihr schon. Ja, da war ich mitten im Wald unterwegs und habe mir gedacht, jetzt kannst du ein Freitagsvideo aufnehmen. Ja, so erstmal als Entschuldigung, letzte Woche Freitag gab es kein Video. Warum nicht? Ich war nicht da. Nein, ich war die ganze Woche, ich hatte Urlaub und war, wie einige von euch wissen, unterwegs und woanders untergebracht und hatte kein Internet und also nicht wirklich. Und da habe ich halt Urlaub gemacht. So, deswegen gab es kein Freitagsvideo. Jetzt gibt es kein Freitagsvideo, es ist jetzt quasi Montag nach meinem Urlaub. Diese Stille hier, man hört wirklich nur die Vögel zwitschern. Das ist quasi ein Erholungsspaziergang hier. Oh Gott, ich habe irgendwas im Mals, es tut mir leid. Ich werde also noch öfter räuspern und ihr werdet das ertragen müssen, oder auch nicht. Ja, so, letzte Woche gab es kein Video, da habe ich mich jetzt entschuldigt. Es tut mir furchtbar leid. Nächste Woche gibt es wieder eins, wie ihr seht. Ich muss mal wieder natürlich vorweggreifen, beziehungsweise nachgreifen, da ich ja nicht da war. Das Minecraft Dragons 2 Projekt ist beendet. Habt ihr die letzte Folge gesehen? Enderkampf, ein bisschen PvP. Ich bin ja PvP nicht so kross. Ich habe mich ein bisschen auf meine Insel, ein bisschen auf Spaß da oben rumgekrochen, bin dann runtergesprungen. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen, wenn nicht, kann ich das ja noch gerne mal angucken. Dragons Finale von Jump 2. Das ist cool, ich kann hinter mich gucken. Schön, die Sonne. Hier übrigens, Montag und hier, da liegt Schnee. Hier im Wald. Es ist also noch ein bisschen kalt geworden jetzt zu Ostern. Passiert schon mal, Ostermontag mit Schnee. Gut. Ja, Dragons Finale könnt ihr euch noch angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es war eigentlich ganz schön. Mein Haus ist leider bei Dragons nicht mehr fertig geworden. Ich habe dann am Ende die Zeit verloren, wisst ihr, habe ich ja erzählt. Ja, kann man nichts dran machen. Dieser Ast stört mich hier unten. Ha, weg ist er. So, jetzt ist die Sonne weg und es wird gleich nochmal 10 Grad kälter. Gefühlt. Verschwimmt das da im Hintergrund? Man sieht ja gar nichts mehr. Egal. Dafür gibt es jetzt die Minecraft WG. Jawohl. Ihr habt die ersten Folgen gesehen. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr wahrscheinlich schon bis zu Folge 5, 6. Also, heute kommt 4, morgen 5. 6 am Mittwoch, 7 am Donnerstag, 8. Habt ihr bis vor Folge 8 gesehen normalerweise? Ist ein neues Projekt. Es heißt Minecraft WG Quest. Das Quest spielt in den ersten beiden Aufnahmesessions noch keine Rolle. Kommt später hinzu. Also, ab der dritten Aufnahmesession denken wir mal. Vorher noch nicht. Wir haben ein neues Modpack. Wir spielen Hermitcraft. Und wir tauchen ein in eine Rolle. Ich als wahnsinniger Alchemist. Die... Jetzt muss ich mal rum, ob ich alle Rollen zusammenkriege. Die Ria als Bibliothekarin. Das ist noch irgendeine Eigenschaft dazu noch dabei. Weiß ich nicht mehr. Die Julia als zwiegespaltene Hexe, quasi die zwei Persönlichkeiten hat. Der Mief als Abenteurer. Und ganz neu dabei, der V-Pain-V. Als schwul angehauchter Architekt. Und wir versuchen... Wir versuchen, das hat in der ersten Aufnahmesession noch nicht ganz so geklappt. Wir versuchen aber so ein bisschen in diesen Rollen auch zu bleiben. Und so miteinander zu kommunizieren. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist noch was anderes. Wie ich gesagt habe, mal eine Herausforderung. Roleplay in Minecraft. Ohne Skript natürlich. Das mache alles live. Also so wie es kommt. Wir bleiben natürlich nicht die ganze Zeit in der Rolle. Wir sind eher außerhalb der Rolle als innerhalb. Aber wir versuchen es. Seht uns nach, wenn es noch nicht so perfekt ist. Aber lustig ist es allemal, sich anzuschauen. So. Ein Projekt beendet. Ein Projekt begonnen. Ja, dann... Machen wir weiter auf den Kanal erstmal. Ja, machen wir weiter auf den Kanal. Vielleicht schaffe ich es heute Abend, was aufzunehmen. Ich bin mir immer noch nicht sicher für Game-Vorstellungen etc. Bin ich mir immer noch nicht sicher. Überlege ich mir noch. Sonst läuft auf den Kanal ja noch Infinity Evolved Skyblock Hardcore Mode. Wenn ich daran denke, es hochzuladen. Wenn ich es gerendert habe. Ich habe noch so viele auf der Platte davon liegen. Das Problem ist, ich muss da auch ein bisschen gucken. Es gab jetzt schon die letzten Wochen auch kein Stream mehr. Da machen wir gleich die Überleitung zum Stream-Thema. Stream fällt viel aus wegen gesundheitlichen Problemen von gewissen Teilnehmern. Wer ist denn noch da außer ich? Gesundheitliche Probleme, dann Zeit. Dann war ich jetzt zum Beispiel letzte Woche gar nicht da. Dann... Ach, habt ihr nicht gesehen. Also es ist immer so schwierig gerade, sage ich mal. Moment, nächste Woche... Nee, die letzte Woche war ich da. Davor die Woche war ich nicht da. Oder? Irgendwann habe ich mal LOL gestreamt. Einfach nur aus Spaß. Weil, ja. Kommt aber auf jeden Fall wieder. Wir streamen da auch weiter. Die Folgen auf meinen Kanal kommen sowieso. Je nachdem, wie ich gerade Lust drauf habe. Wie ich Zeit habe. Es fängt an zu regnen. Schön. Gut, dass ich im Wald bin. Und die Äste da oben knacken. Wenn ich gleich erschlagen werde live im Video, dann sorgt dafür, dass das Video bitte eine Million Aufrufe kriegt. Das wäre so mein letzter Wunsch. Ich katze die Haare kurz. Ich hasse das. Ähm. Ja. Wo war ich? Stream. Wird wieder kommen. Natürlich. Wir streamen dann weiter. Ich versuche es jetzt quasi heute Abend um 23.30 Uhr nochmal. Vielleicht werde ich diesmal nicht versetzt. Ansonsten streame ich LOL. So eine Idee, oder? Ansonsten streame LOL. Okay. So. Das Stream-Thema haben wir abgehandelt. Ähm. Haben wir noch was YouTube-Technisches. Was interessant werden könnte. Ich plane gerade für Dat Gamescom. Dat Gamescom. 2017. Was ja bekanntermaßen vom lasst mich nicht lügen 22. bis 26. August ist. Schlag mich tot, wenn es nicht stimmt. Ich glaube, als Normalbesucher darf man dann ab dem 23. rein. Was dann der Mittwoch ist. Weil der Fachbesucher-Tag dieses Jahr der Dienstag ist. Da plane ich auf jeden Fall, dass ich am Samstag da bin diesmal. Einfach nur für euch schon mal als Info. Ich plane am Samstag da zu sein. Es steht noch nicht ganz fest, aber es sieht alles so aus, als würde ich Samstag da sein. Ja. Aua. Ich stehe natürlich wieder wie immer vor dem Baum, weil der Baum einfach meine Kamera hält. Und die Äste, die ja auch noch ein bisschen wie. Ja. Gut. Ja, da plane ich auf jeden Fall am Samstag da zu sein. Gut. So. Kommen wir zu Themen, die euch sonst noch die euch sonst auch nicht interessieren. Ich habe ja noch diverse andere Projekte am Laufen. Was Zeit kostet. Unter anderem mein Kartenspiel. Was ich ja erstmal nur für mich privat, für meine Familie erzeugen will. Erstmal. Da hat mir die Liberia jetzt die letzten Bilder geschickt. Das ist schon ein Update. Das ist schon eineinhalb Wochen her. Ich habe vor Ostern noch meine Karten alle zusammengestellt. Die Regeln noch verfeinert so ein bisschen. Und habe jetzt die erste Version davon in Druck gegeben. Ich dachte eigentlich, dass sie vor Ostern noch ankommen. Hat nicht geklappt. Werden jetzt wohl nach Ostern ankommen. Dann kann ich das das erste Mal so richtig wirklich spielen mit den Karten und gucken, ob das passt. Aber wie ihr seht, das Projekt ist seit vorgeschritten. Also theoretisch fertig. In Version 1.0. Also ich gebe dann hinterher ein Karten-Set und man kann damit spielen. Ein Karten-Set. Ich muss diesen Ast, wenn ich den hier abreiße, dann wackelt man. Okay. Das Problem ist, dieses Karten-Set kostet mich mit Versand 32 Euro. Deswegen ist es irgendwie utopisch wäre, das irgendwie rauszubringen. Da muss ich mir etwas anderes überlegen, wenn ich das machen wollen würde. Das habe ich jetzt nur für mich gemacht. Ein Karten-Set 32 Euro. Ihr seht, das ist nicht ganz billig. Ja. Und es hat viel Zeit gekostet. Aber egal. Ich will es für mich quasi haben. So. Der Abschluss dieses Projektes führt mich dann dahin gehen, dass ich mich wieder um das andere Projekt kümmern kann, nämlich das Brettspiel. Da wird jetzt in nächster Zeit wieder mehr Zeit reinfließen. Das ist so das nächste Projekt, was anlaufen wird wieder. Nachdem ich das Karten-Spiel wieder beendet habe. Wobei natürlich das Karten-Spiel auch noch im Wählungsprozess ist und ich vielleicht noch eine Version 2 davon rausbringe. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Rausbringe vor allen Dingen. Das ist ja für mich. So. Karten-Spiel ist also auch in der Mache noch. Dann wieder. Kommt jetzt wieder. Neu. Gleichzeitig versuche ich natürlich immer noch das andere YouTube-Projekt. Voranzutreiben. Da fehlt mir immer noch was und ich möchte da kostengünstig dran kommen, sage ich mal. Und mich nicht in Unkosten stürzen für ein Projekt, was ich einfach nur nebenbei mache. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Da muss ich noch sehen, wie ich das hinkriege, dass da nicht zu viele Kosten entstehen und dass es sich das irgendwie trägt. Oder trägt es falsch, dann wirklich Geld für kriegen. Dass das irgendwie funktioniert, ohne viel Geld reinzustecken. Zumindest am Anfang. Wenn es hinterläuft, okay, kann ich jetzt vielleicht auch mehr machen. Aber erstmal ist es ja nur ein Versuch. Ein Versuch. Auf jeden Fall, das sind die beiden Projekte, die dann in nächster Zeit vorangetrieben werden. A, das Brettspiel und B, der zweite Kanal. Oder der fünfte. Ich weiß nicht. Ich habe schon mehrere Kanäle da sind nur in die Videos gekommen. Ja. Gut. Ist egal. So, und damit seid ihr auf dem aktuellen Stand. Habe ich alles erzählt. Ja, habe ich alles erzählt. Wie immer aus meinem Wald. Wo ich gerade im Wald unterwegs bin, ist so ein anderes. Ich gucke gerade sehr viele, wie nennt sich das, Bushcraft-Videos. Also so Videos, wo Leute im Wald sich eine Unterschlupf bauen, wo sie Sachen sammeln, um zu überleben. Und alles so ein Mist gucke ich gerade. Und ich war ja sowieso schon immer so natürlich verbunden. Ich bin ja schon auf dem Wald gewesen und habe Videos gemacht. Keine Waldvideos, sondern einfach nur meine Vlogs im Wald aufgenommen. So wie jetzt auch. Aber die Idee fasziniert mich eigentlich einfach. Nicht, dass ich das jetzt auch noch anfangen wollen würde. Hallo, dann habe ich keine Zeit für solche Projekte. Aber es fasziniert mich irgendwie, was die da alles machen. Wie die ihre Hütten bauen, ihre Unterstimmungen, ihr Shelter sozusagen. Und was man auch so alles meistens nur mit Messer und Axt oder nur Messer ohne Axt machen kann. beziehungsweise versuche ich auch noch Ideen zu sammeln. Vielleicht kann ich mal irgendwas mit meinem Sohn machen. Mit meinen Söhnen. Nicht in der Wildnis übernachten oder sowas, aber vielleicht irgendwie sowas schnitzen, was bauen, irgendwie so Pfeil und Bogen mal. Das macht man ja so klassischerweise. Aber ich will das halt ein bisschen natürlicher dann machen. Einfach nur mal so. Nebenbei, das ist auch noch so ein Ding, was bei mir im Hinterkopf rumschwebt. Einfach nur, weil ich gerade diese Videos gucke. Warum auch immer ich das gerade mache. Ich ertappe mich mit der Regel ein bisschen dabei, dass ich eigentlich Videos aufnehmen sollte nachts. und dann vor YouTube sitze und solche Videos gucke. Kann man ja auch mal machen. So, aber das war nur so nebenbei. Ich bin jetzt fertig. Unten gibt es so eine Kommentarbox, da könnt ihr was reinschreiben. Macht ihr ja sowieso nicht, aber ich hoffe immer auch, dass da manchmal geistreiche Ergüste bei rauskommen, dass wir irgendwie uns unterhalten konnten irgendwo drüber. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja. Ansonsten könnt ihr natürlich auch nur einen Daumen da lassen, wenn ihr wollt oder auch nicht. Oder ihr habt schon lange abgeschaltet und seht das gar nicht mehr. Wie immer. halt. So, damit grüße ich alle, die jetzt noch, ich grüße alle nochmal persönlich, die jetzt noch zugucken. Ihr habt es geschafft, zwölfeinhalb Minuten mein Gelaber anzuhören. Damit höre ich jetzt auf. Wir sehen uns dann heute Abend im Stream oder bei einem meiner anderen Videos. Haut raus. Bis dann. Ciao.